Moin Stuart Bewohner, weil in letzter Zeit immer mehr die Frage kam, wie geht das mit der Playstation und dem Internet, immer wenn die Leute hier neu dazu ziehen, kommt das ganz gerne mal, dachte ich mache mal ein kurzes Video dazu und zeige euch das einmal hier an dem Beispiel, das war das Video, sorry für die Qualität von dem Video, ist echt furchtbar, aber es sollte reichen. Ihr kennt alle dieses Overlay, da geht ihr einmal auf Einstellungen nach hinten, dann unten auf Netzwerk, dann auf Internet einrichten und wählt hier WLAN in dem Fall aus, ihr könnt auch LAN auswählen, da ich das jetzt nur als Beispiel gemacht habe, wählt ihr das ganze WLAN aus, dann drückt ihr hier drauf, klickt nicht auf MobiClick S, sondern auf MobiClick, weil ansonsten kommt diese Fehlermeldung, die ihr gerade gesehen habt und dann einmal lange warten. Das dauert meistens so 10 Sekunden, warum das mit dem S nicht geht, keine Ahnung, dann steht hier Internet aktualisiert und dann schauen wir einmal, dann steht MobiClick, dann kommt noch die IP-Adresse und dann nicht wundern, wenn dann bei Internetverbindungen fehlgeschlagen steht. Das muss so sein, dann geht ihr aus dem Ganzen wieder raus und geht unten auf dieses www-Zeichen, da könnt ihr einmal ins freie Internet gehen, geht in das Feld oben, wo URL steht, eingeben und dann tippt ihr dort ein, HTTPS-Landing, so wie ihr es jetzt oben in der Domain seht, geht das Ganze ein. Dann kommt ihr auf diese Seite, dann könnt ihr einmal auswählen, euren Voucher, ich bin hier mal mit der Maus drauf, da könnt ihr dann die Zugangsdaten, die ihr vom Stuart bekommen habt, einmal eintippen oder ihr klickt auf Verbinden, dann seid ihr für 4 Stunden drin. Bei der Playstation macht es wahrscheinlich mehr Sinn, auf Voucher zu klicken. Dann klickt ihr da drauf, wartet ein paar Sekunden, dann kommt folgendes Bild und dann könnt ihr ganz normal wieder rausgehen und das Internet wieder bedienen. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, schreibt mir einfach hier drunter oder falls es noch irgendwelche anderen Themen gibt, wo wir uns die Frage stellen, wie funktioniert das eigentlich hier im Stuart Department, schreibt es einfach drunter und dann gucken wir mal, ob wir da ein Video dazu machen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen, macht es gut, ciao!